jetzt gehe ich immer hier voll auf die bremse und schauen wir an dass wir hier auch ein bisschen was hinbekommen nun ist hier 780 wissen bei 100 und noch irgendwas so bei tun es ist dann richtig muss ich sie nicht schon bald sehen eigentlich so nena ich drehe jetzt einfach mal kurz also sehen tue ich jetzt so nicht jetzt ist sie wieder schneller also muss ich jetzt theoretisch immer ein bisschen auf die bremse latschen weil wir sind ja echt viel zu hoch noch das war zu fast perfekt so wie machen wir es jetzt weiter weil hier sind wir eigentlich müsste das schon bald sehen oder nicht weil wenn sie ja nur drei kilometer hier entfernt ist sie ist vor mir es wird sie auch bleiben weil ich ja höher bin als sie eigentlich müsste ich jetzt noch ein bisschen mehr auf die bremse steigen oder täuscht das jetzt ich suche ich suche weil wir mal sind wird das doch schon hier so ein bisschen angezeigt oder weil ich jetzt mal 1,8 kilometer entfernt wo ich mache jetzt mal eins das kann ja nur schief gehen switch to so ich sehe aber auch hier gar nichts so richtig ne weil eigentlich sind 1,8 kilometer voneinander entfernt eigentlich müssen wir uns auch sehen weil ein kilometer ist da jetzt keine distanz so in dem sinne so so das muss ich mal gucken wir sind jetzt ist jetzt vor mir oder hinter mir man sieht das hier auch so schlecht ne die distanz nimmt ab also bin ich unter ihr also müsse sie irgendwo hier hinten rum eiern und ich kenne das ja nicht so dass es ab 1,3 kilometer oder sowas oder zwei kilometer waren dass das hier so punkt angezeigt wird immer so so ich habe hier oben schon mal leer geräumt falls sie gleich kommt ich bin jetzt schon wieder am suchen das tanz 1,9 wir entfernen uns voneinander nur bin ich jetzt oberhalb oder unter oder sie unterhalb so ich brauche mal ich muss mal abbremsen ich bin wieder zu entferne mich von ihr ach scheiße nein bin ich nicht ich bin wieder kleiner werden ein bisschen so 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 wie schaut es jetzt aus jetzt sind sie vor mir klar ich kriege das nicht gebacken ich kriege das einfach nicht gebacken ich tanze sechs kilometer ich tanze sechs kilometer ich kriege das einfach nicht auf die kette ich kriege es einfach nicht auf die kette die so eine runde wohl hinzukriegen versteht ihr jetzt meine probleme hiermit deswegen ich die ganze zeit mechchab nutze aber jetzt sind wir vorher also müssten wir jetzt wieder ein bisschen schneller werden aber andererseits zeigt er mir an dass wir hier hinten wieder ganz schnell zusammen kommen werden so ich werde es mal ein bisschen schneller laufen lassen so wo sind wir jetzt ich würde es mal so gucken was ist das denn da ob wir sie vielleicht zufälligerweise jetzt sehen hier schon mal irgendwo so ein bisschen zum punkt zumindest so sieben na da müssen wir hin ich werde es glaube gleich abbrechen ich weiß mich nicht weiter ich habe keinen plan ich bin zu dumm dafür anscheinend wo ist er denn jetzt vier kilometer entfernt und bin ich jetzt vorne oder sie vorne sie ist vorne dann müssten gehe ich weiter auf die bremse müssten wir uns voneinander entfernen also transfer kuh transfer jeb nach da so da müsste ich jetzt eigentlich theoretisch müssen beschleunigen damit es irgendwo dieser punkt besser hin kommt das technische das auseinander hier wieder wieder auseinander ich habe dort leckern ist mir hierzu das das ich krieg's nicht auf die kette nein ich werde ganz jetzt abbrechen feierabend das würde sich jetzt die ganze zeit jetzt antun so was haben wir jetzt hier 18.000 wir gehen runter wir haben ein paar wissenschaftspunkte gemacht wir werden dass sie eben damit menschen retten weil ich krieg keine runde mann über ein punkt wie lange wie jetzt eine dieser schönen mission haben rumkaspern sind das bringt uns ja nichts es ist ja einfach nur einfach nur genau ich weiß nicht wie es anders sonst beschreiben soll es hätte ja sein könnte dass alles klappt aber anscheinend nicht wir haben schon ein paar punkte haben wir jetzt gemacht bis auf jetzt wieder mit zwei missionen so offen wir die rettung damals nicht geschafft aber bei mir die kappe ausprobiert wir haben weltraum sind herumspaziert wir diese war mal außerhalb wir haben wissenschaftspunkte auf die erde drauf gesendet wir haben schon viel geschafft und die satte dress den werden wir gleich eben mit mich hat das definitiv machen also runter holen werden wir so nur wie gesagt runde manöver ich kann keine runde manöver ich kann es einfach nicht habt gesehen ich habe es wieder versucht es klappt einfach nicht